So, ich schätze, jetzt kann es weitergehen. Hab mal kurz wieder bis dorthin gemacht. Ah. Komm, trinkt hier was. Das schmiert eure Stimmbänder. Was ist das denn? Kreide. Hä? Ah, du hattest mein... Du hattest meine Kreide. Oh, Mist, ich muss weg. Halt! Halt, hier geblieben. Okay. Nice. Allerdings ist mir auch was. Es war jetzt was aufgefallen. Und zwar, da gibt es doch noch diese Meerjungfrau da oben. Da habe ich nicht weiter drauf geachtet. Aber wenn wir wirklich noch weitere Leute suchen müssen, dann versuche ich da mal was. Das war dort, wo die Kleine... ...war. Also, hey. Das hört mich wohl nicht. Okay. Hey. Hallo? Immer noch nicht? Hey! So wird es wohl nichts. Ich muss anders ihre Aufmerksamkeit bekommen. Steine. Oh. Hey, ich könnte einen Stein werfen. Großartig, Alex. Wieso schießt du nicht direkt auf sie? Weil ich kein Gewehr habe. Darum. Alex. Einen Stein aufgehoben. Oh Gott. Hau die Meerjungfrau um. Okay. Okay, und jetzt werfen. Mist daneben. Äh, du wolltest sie ernsthaft treffen? Natürlich. Was hast du mir denn gedacht? Äh, nicht weiter wichtig. Zumindest hat sie uns jetzt gesehen. Hallo? Oh Gott. Ariel. Hallo. Ist was? Naja, du singst toll. Daher wollte ich mal fragen, ob du bei uns mitmachst. Bei euch? Ja, wir sind eine Musikgruppe. Wir wollen gerne beim Gesangsfestival mitmachen. Ein Festival? Du weißt, ein großes Fest? Äh, ja. Oh, ein Fest. Wo ist das Fest? In der Stadt. In der Stadt? Dann gehe ich in die Stadt. Ein Fest. Wie toll. Äh, hey. Hieß das jetzt, dass du sie mitmachst? Ja. Anscheinend schon. Okay. Wo kann man noch was finden? Hm? Okay, es ist soweit. Wir haben, ich denke, wir haben, ich denke, jeden Talentierten gefunden. Auf zum zweiten Versuch. Oh nein, das sind sie schon wieder. Und zwar mit Pikachu, Engeln, Korn und allen möglichen anderem Zeug. Ah, und meine süße Katzenkind. Also, meine Damen und Herren, Heroes. Mal wieder. Wenn das mal gut geht. Okay, Leute, geben wir unser Bestes. Und eins, zwei, und eins, zwei, drei, vier. Heroes bei Manga Engel. Mario! Pokemon. Tarset. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Und merken. Zelda. Okay, die Faces muss ich mir auch im Kopf behalten. Musik. Musik. Skriptiv. Okay, 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 okay. Guck. Oh Gott, wie war das nochmal? Schwarze Nacht. Schon wieder Arjen. Äh. Hm, 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 hm. Hm. What? Pikachu! Die End. Und das Katzenmädchen fragt sich mal wieder. Wieso gibt es ein Ladescreen, wenn man sowieso nichts laden kann? Hm. Na, was sagt man da dazu? Nettes Game. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das Mapping war eigentlich ganz gut, bis auf das massig grafische Fehler drin waren. Mehr oder weniger witzige Stellen. Also kann man sich ruhig mal anfangen. Da, 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 da. Also dann bis zum nächsten Mal, Leute. Da, 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 da Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.